Hallo, in diesem Video möchte ich über die temporalen Präpositionen sprechen. Und zwar, was sind temporale Präpositionen, wann benutzen wir die temporalen Präpositionen und wann bekommt eine temporale Präposition ein Akkusativ und wann bekommt es ein Dativ. All diese Fragen werden wir in diesem Video beantworten. Wir fangen mit den Fragen ab wann und wie lange an. Denn die Antworten auf diese Fragen beantworten wir mit den temporalen Präpositionen. Doch die teilen wir in zwei Teile. Einmal die temporalen Präpositionen mit Dativ und die temporalen Präpositionen mit Akkusativ. Unsere erste Frage ist ab wann. Das heißt, wir haben einen Zeitpunkt und der beginnt und endet an einem Ort. Oder wir sagen, ab wann wir Zeit haben. Das heißt, ab wann hast du Zeit, ist hier meine Frage. Und auf diese Frage antworte ich, ich habe von morgen an Zeit. Das heißt, dass ich ab morgen Zeit habe und das formuliere ich von morgen an. Und dann kommt die Antwort zum Beispiel, ich habe vom 1. Januar an Zeit. Vom, in dem ist von dem versteckt. Und woher kommt das dem? Genau, es ist das Dativ. Also, das heißt, dass ich auf diese Frage mit dem Dativ und der Präposition von dem antworte. Das gleiche ist auch bei, wie lange dauert der Kurs. Der Kurs dauert vom 8. bis zum 10. Juli. Das heißt, ich antworte hier wieder im Dativ. Von dem bis zum 10. Juli. Das zeigt die Dauer, wie lange der Kurs dauert. Das heißt, ich habe einen Moment, an dem es startet und an dem es endet. Und, wie lange lernst du Deutsch? Auf diese Frage antworte ich, ich lerne seit einem Monat Deutsch. Das heißt, ich habe vor einem Monat Deutsch gelernt. Ich lerne immer noch Deutsch. Und die Anfangszeit ist vor einem Monat gewesen. Dann formuliere ich diese Antwort seit einem Monat wieder mit dem Dativ. Jetzt die Zusammenfassung der temporalen Präpositionen mit dem Dativ. Wir haben hier zwei Fragen, auf die wir achten müssen. Ab wann und wie lange. Wenn wir die Frage ab wann beantworten, dann benutzen wir von, an. Und bei der Frage wie lange benutzen wir die Antworten von, bis oder seit. Hier müssen wir darauf achten, immer das Dativ zu benutzen. Bei von gibt es einen Moment, wo es startet, aber wir erklären mit von diesen Moment. Also von morgen an, vom 1. Mai an. Aber bei von bis haben wir wieder einen Moment, wo es startet, bis zu einem anderen Moment, wo es endet. Und bei seit erklären wir den Anfangsmoment, zum Beispiel seit 1985 oder seit einer Stunde lerne ich Deutsch. Die nächste Form ist die temporale Präpositionsform mit Akkusativ. Hier ist meine Frage wieder wie lange, aber meine Präposition heißt hier über. Das heißt, wie lange lernst du Deutsch, ist hier meine Frage, dann antworte ich, ich lerne über einen Monat Deutsch. Also es ist eine Zeit, die mehr als ein Monat ist. Und wenn ich das formulieren will, dann benutze ich über. Es muss weiterhin dauern oder länger sein als die genannte Zeit. Jetzt bist du dran. Welche Veranstaltungen und Events kennst du? Wie lange dauern sie? Und ab wann beginnen sie? Seit wann gibt es sie? Schreibe deine Antworten ins Padlet und ergänze auch Fotos oder Videos. Viel Spaß!